Hi Leute, und zwar würde ich euch Bescheid geben, was ich jetzt gegessen habe. Ich bin Mittag eingeladen worden zum Lasagne essen. War viel lecker. Mal was anderes wieder. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. War viel gut. Und am Abend habe ich mein japanisches Hühnchen. Also es sind ganz kleine Nullen. Also es waren nicht viele so ganz kleinste Digger gewesen. Das würde ich mal ausprobieren. Habe ich mal eben gekauft in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. So mit Hühnchen für Sauersauce. Keine Ahnung, was das genau war. Mit verschiedenen Stickerl drin. Ich weiß es nicht. Ja, Huhn war das, ja. War voll gut. Also werde ich wieder kaufen. War jetzt nicht so teuer. Und ja. Hat auch nicht so viele Kalorien gehabt. 500 Kalorien. Für eine ganze Mahlzeit. War so. Ja. Ähm. Was noch? Hm. Morgen machen wir nur so einen Topfen. Der schmeckt einfach voll gut mit Himbeeren. Also ich glaube im Moment stelle ich mir es voll drauf. Ähm. Was habe ich noch zum Erzählen? Ja, das war's Thema Essen. Kann euch leider jetzt nichts sagen. Weiß ja. Weiß schon gestern. Aber. Ähm. Morgen zeige ich euch wieder was. Okay. Übungen habe ich euch heute nicht mitgebracht. Aber wenn es Sonntag ist. Ich. Hab euch dafür den Trainingsplan nehmen. Hoch. Hoch. Klang. Da habe ich euch. Eben erzählt. Was ich so vorhabe. Und was ich so tue. in der nächsten Zeit. Jo pass. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns noch beim Fitness Talk. Ciao. 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 Ciao.